Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Kürzlich habe ich Ihnen die neuen Premium-Bisky von Arni vorstellen. Jetzt gibt es schon wieder Neuheiten von Arni, diesmal aus der Schokifabrik. Sorgfältigste Zubereitung und allerbeste Zutaten machen die neuen Arni-Tafeln von hauchzart bis fein schmelzend zu einem Erlebnis der feinsten Art. Ihre Feinheit ist so überzeugend, dass wir sie mit dem neuen Qualitätssiegel Arni Premio auszeichnen konnten. Und weil alle guten Dinge mindestens drei sind, haben sie jetzt die Qual der Wahl zwischen den Spezialitäten Camant Fouret, Noisette Fouret und Cam Fin. Du hast gehört? Es gibt jetzt eine neue Schokifabrik. Sie heisst Arni Premio. Arni Premio. Ein überzeugendes Argument, auch für hartnäckige Fälle und jetzt erst noch zum Einführungspreis. Neuheiten habe ich heute aber auch vom Coop-Tretter. Tortelloni Rossi und Tortelloni Tricolori in feinster Tretter-Qualität. Dazu drei verschiedene Tretter-Soßen nach original italienischem Rezept. Bolognese mit köstlichem Rindfleisch. Carbonara mit saftigem Schinken. Pesto mit frischem Basilikum. Wir haben heute wieder Jackie Donatz, Küchenchef des Restaurants Gala in Zürich, zu Gast bei uns in der Studioküche. Er verratet Ihnen, wie Sie die Frischprodukte ohne grossen Aufwand noch raffiniert zubereiten können. Guten Abend, meine Ant. Heute Abend möchte ich Ihnen Tortelloni Tricolori machen. Mit Polognese-Sauce, Tomaten und Mozzarella und im Ofen überwachen. Tomaten und Mozzarella in Scheiben schneiden. Sauce Polognese erhitzen. Eine feuerfeste Form mit Butter ausstreichen. Sauce darin verteilen. Tortelloni aus dem kochenden Wasser nehmen. Abschütten und darauf verteilen. Mit Tomaten und Mozzarella belegen. Und in heissem Ofen bei 200 Grad gratinieren. Guten Abend. Der Jackie Donatz aus dem Restaurant Scala in Zürich mit den neuen Träther-Spezialitäten von Coop. Viele haben gerne einen kräftigen oder rezenten Käse. Viele, aber nicht alle. Wer es lieber milder hat, sollte jetzt einmal im Coopladen am Käsegestell schauen. Seit einiger Zeit ist dort nämlich den Troubadour anzutreffen. Ein milder Schweizer Halbherrkäse, welches sich leicht isst und welche auch Kinder gerne haben. Troubadour, eine Spezialität für grosse und kleine Geniesser. Wenn schon beim Zmorgen fröhlich und aufgestellt zu und her geht, ist meistens Kellogg's mit im Spiel. Kinder, eure Smacks! Viva Langa! Los! Mit Kellogg's Max fangt der Tag in die Gau. Los! Will man mit Smacks vieler Lärm erkommen. Schau mal auf den Schell! Kellogg's Max, die sind der Traum. So Honig sie es mal. Hey und jetzt los! Der Kellogg's Max biert den Furgen dazu. Kellogg's Max. Überall bei Goper hältlich. Wie das aktuellste auf dem Gebiet der Hösliwindeln, die neue Exklusivmarke Fixis. Die neue Fixis. Tolle Windel, toller Preis. Fixis, die Hösliwindeln für die verschiedenen Entwicklungsphasen vom Baby, ist jetzt exklusiv bei GOP erhältlich. Und zwar zu einem Preis, welches das junge Budget angenehm tut und entlastet. Und wenn Sie Stichwort Budgetentlastung hören, dann wissen Sie auch schon, was jetzt kommt. Richtig, das Aktionsangebot. 1 kg ausländische Tomaten kosten bei GOP nur 2,70 €. Zwei grosse Dosen Midi-Ravioli alla Napoletana gibt es für nur 4,40 €. Und alle GOP-Joghurt im Viererpack kommen Sie über für nur 2,10 €. Ausserdem offerieren wir Ihnen die Text-Start-Jeans für Kleinkinder in drei verschiedenen Modellen für ganze 17 Franken. Dazu gibt es gerade noch die passenden Sweatshirts für nur 15 Franken. Laut eidgenössischer Stoffverordnung sind Sie und ich verpflichtet, verbrauchte Batterien in eine Sammelstelle zurückzubringen. Die Batterien werden bei GOP und an anderen Orten gesammelt und von den entsprechenden Betrieben in der Schweiz wieder aufbereitet. Weil das Rezyklieren allerdings wesentlich mehr kostet als das frühere Deponieren, wird seit einiger Zeit eine vorgezogene Entsorgungsgebühr erhoben. Schon wegen dem sollten wir also alle Batterien und natürlich auch akkubetriebene Geräte wie Rasierapparät, Zahnbürste und Elektrowerkzeuge zur fachgerechten Entsorgung dorthin zurückbringen, wo man sie gekauft hat. Ein herzliches Dankeschön im Voraus. Das war's für heute von Info-Rama. In einer Woche sehen Sie bei uns unter anderem ein weiteres Rezept von Jacky Donuts und natürlich wie immer das Neueste, was Sie bei GOP erwartet. Auf Wiedersehen miteinander. Gaslye Untertitelung des ZDF, 2020